Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind hier in Ralt-Pattah und suchen nach einem Ätherium-Splitter. Aber wir sind noch ziemlich am Anfang. Goldbahnen, das ist schon mal was tolles. Das brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Aber es ist mir eingefallen, dass ich doch da vorhin eine Bahn gesehen habe, die ich nicht mitgenommen habe. Wir müssen eigentlich hin. Oh, ist doch noch ein Eckchen. Ach, es geht. Es ist gar nicht mehr so weit. Ich glaube, hier gibt es auch Fallen. Aber es gibt es ja meistens in diesem Schwergenruin. Habe ich aber nur die eine gesehen und es war ja eigentlich keine Falle, die Feierfalle. Die hat man laut und deutlich gesehen. Ach, guck mal. Springt ja was durch die Gegend. Ich wollte sowieso wieder auf die Armbrust umsteigen. Hat sich der verheddert oder was? Ja, der wollte ja unbedingt da hoch. Kam aber nicht hoch. Mach wieder mal Öl. Mach wieder Olio. Na gut. Feuerplätze. Kein Feuerball, nein. Nein. Magis Magica. Aua. Wer haut hier? Wo kommt der denn her? Tja. Kommt einfach von hinten. Kommt einfach. Ich meine, die sieben Bolzen. Ist ja nett, dass er mir die bringt. Aua. Hätte mich ja nicht gleich hauen müssen. Das ist alles zu geischend wieder. Das ist alles zu geischend wieder. Der ist ja aus Blech. Hm. Was suchst du denn? Das zweite Schwert. Das hier ist euer Schwert. Okay. Schon das zweite Mal, dass ich jemanden... Von vorn und von hinten. Ja, dass da jemand gekommen ist hier und der in den Rücken fällt. Den haben wir auch nicht gesehen. Nö. Gar nicht gut. Ein witziger Seelenstein. Hatte der auch nicht auch Bolzen? Ja klar, hatte der Bolzen. Schlampig, schlampig. Den hat schon jemand geplündert, wie es aussieht. Ja, ja. Hier ist überall diese Zwergenohrpost, wo die rauskommt. Ah, jetzt. Oh. Das sind diese berühmten Falle. Das ist eine nette Falle hier. Das ist eine ganz unfreundliche. Oh, oh. Ja. Oh, oh. Geh weg hier. Oh, oh. Oh, oh. Da war ich doch ein bisschen zu nahe. War aber nicht so schlimm. Aber die hauen ganz gut zu, ja. Oh, und hier mal wieder Feuer. Ja. 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 Genau in dem Augenblick. Zack. Ja. Das ist ja immer so laut in diesem Swergen. Ja. Das ist immer mächtiger Krach. Großer Seelenstein, kleiner Seelenstein und Bolzen. Hier. Bleib hier. Lauf doch nicht gleich weg. Keine Laterne zum Abschießen. Wenn ihr mit Feuer kämpft, würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Keine Spinne, auch schon ausgeschlachtet. Kreisel umsetzen, nein muss nicht sein. Da ist sogar noch was drin. Ein Zahnrad. Aber, na? Hast du jetzt gemacht, hast genommen, ja? Ja, das wollte ich nicht. Wie wolltest du eigentlich, naja, das ist blöd, wenn du dein Inventar offen hast und... War das nicht ein Zahnrad? Du weißt nicht, was es ist. Tuemer Zahnrad, nicht Zwergenzahnrad. Na klar, wie heißt denn hier Tuem? Ja. So, aber jetzt weg mit dir. Wegen des Seels, der Stein ist hier. Ja, deswegen wollte ich es wegheben. Hier haben wir eine Truhe. Meister. Ja, hier kann man gute Erfahrungen machen, ne? Genau. Ich würde sagen, hier gibt es richtig viele. Das ist eigentlich dann wieder ein Level Green. Nach dieser Truhe, wenn du sie aufhörst. So, bisschen runter oder bisschen hoch. Oh, da war ich hier. Nein. Gut. War aber nix mit dem Level. Nee, war nix. Nee. Dauert auch schon länger. Zwischen. So, da unten waren wir, da kommen wir her. Dann gehen wir hier weiter hoch. Mhm. Oh. Was haben wir denn mal? Das schreckt mich doch immer so. Sprünge hier aus den Löchern. Ja. Ein Leher, ein Gefüllter. Es waren doch zwei. Da ist die andere. Na ja. Ein Zürichstein. Habe ich mir verdient. Na schön. Ja. Also hier ist ein Aufzug. Ja. Mal sehen, ob es ein Aufzug ist. Und in den Tiefen. Das sieht schon wieder böse nach der Falle aus. Ja, ist auch. Hab ich es noch gewusst. Ja, ist auch. Ja. Wer mag die schon? Wo? Ich könnte nicht aus Falmer sagen, oder? Das sieht irgendwie nach Falmer Gegend aus. Ja. Da gehen wir doch lieber wieder auf die Armbrust. Ja, klar. Leute. Das sind Skipper. Ja, die haben wir da gefangen, würde ich sagen. Züchten die die. Komm schon zum Nachkommen. Er kam zum Nachkommen. Ja. 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 Ein paar Feinde gibt es doch. Eine ist runtergefallen. Bleib doch mal stehen. Wie soll ich dich denn treffen, wenn du immer rumzappelst? Ach so. Wenn ich ein Falmer wäre, würde ich auch Deckung schießen. Ich meine, wenn jemand auf mich schießt, egal wer, egal was ich bin in dem Augenblick, würde ich Deckung suchen. Und da unten ist eine, das finde ich ja. Ja. Kann man viel besser treffen. Mann. Ja. So. Der sieht dich halt auch nicht. Jetzt hat es gereicht. Der sieht dich nicht. Das ist dein Vorteil. Die sehen sowieso nicht. Die sind sowieso blind. Ja, ich meine gut. Das ist recht. Das ist dein Vorteil. Die sind blind. Aber ich meine, der hört dich. Ja gut. Stimmt. Zwei sind irgendwo da hinten. Also für welche, die nicht gucken können, sind es aber eigentlich ganz gut. Ja. Ja, komischerweise haben die meisten nur eins oder gar keins. Wie das geht, weiß ich ja auch nicht. Der hat auch nur eins. Die haben es geleber. Zwei haben sie schon gefangen, müssen die auch nicht abgemurkst werden. Ja, da gibt es noch mehr. Vorhin habe ich noch zwei gehört. Hatten wir den schon? Nein, den hatten wir noch nicht. Hast du ja mal wieder gespeichert? Ja, aber schon wieder ein bisschen her. Nichts Vernünftiges drin. Das ist schön, wenn man keine Begleiter hat. Kann man rangehen, weil die Begleiter stellen sich meistens in die Tür und dann haben wir wieder ein Problem rauszukommen. Ja, ich schätze mal, die haben die eingesperrt, damit sie sie mal irgendwann essen können. Wieso? Hm? Keiner bemerkt. Wohl nicht. So, das war diese Hütte. Äh. Da hinten geht's nach nirgendwo. Auch keine versteckte Truhe. Na gut. Dann gehen wir hoch. Ja. Ja. Noch was drin? Nein. Ist hier jemand? Ist hier niemand? Dann machen wir mal auf. Genau. Ja. Ja. 0,3 und gut 600. Ja. Gute Verhältnisse. Das werden wir zwar nie verkaufen können. Wieso? Ja. Wir sind zwar schon ganz gut mit Redekunst, aber viel mehr wie die Hälfte kriegen wir bestimmt nicht, wenn überhaupt. Ja. Das dachte ich jetzt gar nicht. Manuel ist Maunik so für uns, dass wir im Grunde eigentlich kaum noch Geld brauchen. Du hattest Geld gebraucht für Eisen, aber jetzt für Verzauberungen, da haben wir ja eigentlich alles. Das meiste Hörgeld brauchen wir eigentlich. Wohl keins mehr. Und bei Wilkers muss ja PWA trainieren. Zweihand. Er ist ja Meister Wilkers. Im Zweihandkampf. Und dann, ich meine Wilkers, bei dem kann man ja nichts verkaufen. Nö, viele nehmen ihm dann das Geld wieder ab, aber ich finde das flöd. Das finde ich irgendwie. Ist auch nicht nötig. Man kann ja Geld verdienen. Das geht ja schnell hier eigentlich. Ja. Am Anfang ist man immer ein bisschen knapp bei Kasse. Aber das ist ja gerade das Spannende, dass du dann so nach und nach eben größer wirst und mehr Geld hast. Ja. Wo geht es denn hier weiter? Da. Ja. Das hast du auch gerade gesehen, deswegen habe ich da gesagt. Aber es war ja so klar. Na gehen wir da lang. Wie liegt der denn hier? Ist ja unanständig. Darf der das? Ein Schalter. Ja. Hier ist ein Knopf. Und hier ist das meine Tür. Mhm. Ja, dann solltest du vorher mal speichern. Ja. Oder? Ja. Ja. Wer weiß es ja bewirkt. Vielleicht gibt es irgendwo eine Balliste und die löst er dann aus und dann... ja. Nein. Eine... Das ist gut. Eine Rampe. Was Positives. Eine Klappbrücke oder irgendwie sowas. Wo die wohl das Stroh her haben? Ja. Vor allem mal ein bisschen hier reingeschleppt haben. Wo werden sie schon gesammelt haben? Sollte mal wieder speichern. Ist hier jemand? Fühlt mich so aus. Nein. Das meine ich. Aber ich finde sie toll gemacht hier. Ja. Ist immer wieder faszinierend. Und die Architektur ist wirklich auch toll von den Zwergenruinen. Ja. Gibt es hier irgendwo rein? Wir haben von da unten immer her hochgekommen. Muss ja auch irgendwo weiter gehen. Hoffentlich. Ja sicher. Hier liegt es weiterhin. Da ist eine Tür. Und hier sind jetzt die dicken Schätze. Ja wo? Ich sehe sie nicht. Unsichtbar. Das ist immer typisch. Eigentlich braucht man hier gar nicht mehr die Schätze. Aber man muss unbedingt gucken. Ist die Neugierde. Und ist auch Teil des Spielspaßes. Ja, man will immer was finden. Das ist eine Falle. Ja. Da kann man ja ganz schlecht Feinde erkennen, oder? Ja. Also wenn ich jetzt echt fies wäre, würde ich wirklich fies sein. Ah, da ist eine Falle. Ich würde gerade sagen, das sieht aus wie eine Falle, oder? Da würde ich hier nämlich irgendwo eine Falle hinsetzen. Genau da, wo sie nicht gucken können und sich darauf konzentrieren, ob sie irgendwo einen Feind entdecken. Ja. Da würde ich eine Falle hinsetzen. Haben sie auch. Genau, das haben sie auch. Ja. Ja. Es würde mich glatt wundern, wenn das die einzige gewesen wäre. Ja. 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 Meinst du, da ist noch Garantie drauf nach 4.000 Jahren. Hm. Wer weiß. Zu lange sind die Zwerge ja wohl weg, habe ich mal gehört. Ach ja. Jo. Bei den Zwergen wird sich nicht wundern. Gut, wir gehen jetzt durch diese Tür. Das heißt, wir machen sie auf. Und das war's dann für heute. Na gut. Okay, dann bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Tschüss.